Die letzten zwei Jahre waren für den Einzelhandel so herausfordernd wie noch nie. Spätestens jetzt gelten Online-Shops nicht nur als nette Ergänzung zum Filialgeschäft, sondern sind für viele Unternehmen eine tragende Säule geworden. Doch die wenigsten Händler nutzen hierbei das volle Potenzial einer Omni-Channel-Strategie, vor allem im Bereich Ship from Store. Trotz einer gut vernetzten Filialstruktur betreiben die meisten Einzelhändler ihre Online-Shops autark und losgelöst von den bestehenden Ladengeschäften. Was dazu führt, ein sehr großes oder sogar zusätzliches Zentrallager unterhalten zu müssen. Doch wie wäre es, wenn all ihre Filialen mit ihrem Online-Shop vernetzt sind und jeder Store sogar als eigenständiges Fulfillment-Center agieren könnte? Mit der Omni-Channel-Suite von ShopGate profitieren Sie und Ihre Kunden von genau diesen Funktionen. Durch die Einbindung Ihrer Filialen in den Logistikprozess des Online-Shops reduzieren Sie nicht nur den notwendigen Lagerbestand und somit Ihr gebundenes Kapital, sondern bieten zudem ein breiteres Produktsortiment, was wiederum für mehr Kundenzufriedenheit sorgt. Unser spezielles Smart Order Routing ermöglicht die individuelle Anpassung Ihrer Versandwege. Hierdurch werden Online-Bestellungen automatisch und intelligent weitergeleitet, um somit eine hohe Umschlagshäufigkeit zu gewährleisten oder die Versandwege so kurz wie möglich zu halten. Und durch unsere übersichtliche Benutzeroberfläche behalten Sie stets den Überblick und können Ihre Bestellungen ganz einfach verwalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017